was geht ab der kanaka mit der roten jacke ist wieder mal vor der kamera heute wir haben wieder richtig kranken scheiß erlebt bleibt auf jeden fall bis zum ende der folge dran guckt euch das auf jeden fall an was ich da heute für menschen gefunden habe ich wirst euch meinen kopf explodiert gleich heute ich werde ich ganz kurz einmal hier dieses facebook gaming von mir ein darüber streamen wir auch demnächst so weil ich wollte das auf jeden fall mal ausprobieren auf facebook also tritt sowieso ich übe mich da ein bisschen ein und dieses facebook gaming ich habe jetzt genug gelabert los geht's okay wenchow wenchow are you youtubeer can you speak english english no Englisch? Nein. Ich bin... Anton. Ich bin... Jetzt hörst du kein Englisch. Ey, du bist die Vanish TV. Ja, halt. Was geht? Was geht denn bei dem? Alter. Das ist wie ne Zahnlücke, Alter. Warum sind so viele Leute im Kleider hier? Wenn nicht, Alter! Wenn nicht! Kollege! Schuck erstmal runter! Ich will nicht, dass du hier drauf gehst! Oh, Junge, ey. Geil. Na, dummi. Nee. Natürlich. Alles gut. Niemals. Niemals. Wofür kommst du? Aus meiner Mutter? Du kommst aus deiner Mutter. Naja. Wo kommst du hin und her? Darf ich dich da mal besuchen kommen, Digga? Ich komm aus meiner Mutter. Was ist die größte Karte im Spiel in der Regel? Ass. Das Ass, na richtig, genau. Erst kommt das Ass. Dann kommt die 2. Die 3. Die 4. Hä? Ey, Bruder, wie funktioniert das, Alter? Ey, das ist richtig Killer. Ich hör's dir. Nur weil du jetzt Präsident der Vereinigten Staaten bist, heißt das nicht, dass du mir nicht mein Schutzgeld zahlen musst, okay? Doch, genau das heißt. Nein, Trump. Das geht so nicht. Guck mal, entweder du zahlst mir jetzt mein Geld, oder ich komm ins weiße Haus und tritt dir in den Arsch. Okay? Bitte das 2. Gehst du drauf, oder Trump? Genau. Wir haben dich! Oh mein Gott, erschreck mich doch nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Halleluja, endlich. Ja, pack mal erstmal weg. Es tut mir leid. Was machst du da? Hast du Hunger? Warum? Er weiß doch! Ey, was geht bei dir? Hast du Hunger, oder was? Wir Pranks. Was? Wir zusammen. Ihr macht Pranks. Ihr macht Pranks. Indem ihr in eurer Mund popelt. Okay. Okay, alles klar. Ey, mach mal Instagram auf. Instagram aufmachen. Ja. Jetzt geh mal auf Suche. Geh mal auf Suche. Ja. Jetzt gib mal ein V. A N I S Du Bitch! Oh. H B Boah, was so ein Name. Jetzt ist der zweite. Schick mal an. Drück mal auf Folgen. Ja, und jetzt? Bist du das? Ja, drück mal auf Folgen. Ey, der kommt aus Tüsten ja doch voll nah. Wo kommt ihr denn? Krefeld. Du hast Likes da hier für den Kanacken. Mit der roten Jacke. Genau, irgendwo da unten ist der Like-Button. Einfach sprengen, Leute. Genau. Also, und viel Spaß. Und haut rein. Abo. Der läuft. In meinem Kopf haben wieder diese Melodie. Na na na. Na na na. Na na na. Es gefällt mir. Es gefällt mir. Ja, okay. Hast du auch eine Windel an? Nein. Schwör mal. Ja. Aber warum machst du das denn? Es gefällt mir. Ja. Ja. Kannst du auch was anderes sagen als es gefällt mir? Ja. Ja. Aber warum macht man das denn so? Außer, dass es dir gefällt. Ich mag es. Boah, Digga, Alter. Also, du fühlst grad hier auf Omegle so mit so einem Baby-Jumpsuit ohne einen Schnuller im Mund. Oder wie? Und machst einfach nichts. Mhm. Ja. Trägst du das allgemein auch privat so? Ja. Hast du mal eine Windel probiert? Nein. Warum nicht? Hm. Krabbelst du auch auf dem Boden rum? Nein. Isst du Brei? Mhm. Knuckelst du Milch? Mhm. Warum? Es gefällt mir. Alter. Ey. Bist du nicht dein Ernst jetzt, oder? Doch. Aber Babys können doch nicht reden. Nein. Warum redest du dann? Hm. Es gefällt dir. Aber, aber das ist ein Fetisch, ne? Hm. Magst du das auch, wenn Frauen mit dir umgehen, als wärst du ein Baby? Nein. Ich frag jetzt gar nicht, aber warum trägst du das? Weil dann sagst du eh, es gefällt mir. Guck. Guck. Also du chillst auch privat so zu Hause so rum, so liegst du so da rum mit Schnuller und Baby-Jumpsuit und äh. Ja. Weil es dir gefällt. Ja. Wie kamst du dazu? Hm. Weiß nicht mehr. Weiß nicht mehr. Also damals als Baby hast du niemals dein Schnuller abgegeben, dein Jumpsuit ausgezogen, hast du einfach behalten so. Nein. Gehst du auch so zur Arbeit? Hm hm. Arbeitest du? Nein. Bist du arbeitslos? Hm hm. Hartzion, der Tag gehört dir. Hm. Hm. Ich stehe den Sinn dahinter nicht. Hat das irgendwie was mit deiner Psychologie zu tun so? Bist du psychisch krank oder so? Nein. Ja, aber das ist doch nicht normal. Hm. Oder ich will dich nicht angreifen oder so. Ich will das nur verstehen. Verstehe mich nicht falsch, ne? Aber das ist doch krank. Nein. Doch. 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 Nein. 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 Doch, es ist krank. Nein. Es ist krank. Doch. Nein. Doch. Nein. Nein. Kannst du irgendwas besonderes so, oder? Nein. Ich krieg dich jetzt weg, Alter. Okay. Okay. Alter. Du bist eklig. Wie ist das? Das war ja auch. Was? Pinchow weiter. Pinchow weiter. Was? Pinchow weiter. Pinchow weiter. Ich habe Kopfhörer, jetzt sag noch mal. Pinchow weiter. Pinchow weiter. Pinchow weiter. Kein Pinchow weiter. Heilige Scheiße. Hahahaha. Warte mal, ich hab einen Typen gesehen, der hat sich einfach als Baby verkleidet, Digga. Einfach als Baby. Ja, den gibt's schon ewig. Hast du schon gesehen? Ja. Aber das Ding, was ich dir geschickt hab, da ist mir wirklich alles aus dem Gesicht gefallen, ey. Ah, die alte Frau mit den Kindern, wo die am Strippen waren und hinter ihre Enkelkinder. Ja. Ey, drei und fünf Jahre alt, hüpfen da hinten rum und die macht da einen Strip. Ey, zeig mal deinen Pickel. Nein, hey, sieht man das nicht? Nein, man, ich seh den hier, aber ich seh nicht den hier. Ich hab doch hier keinen. Padam, ich zeig bei mir, jetzt bekomm ich hier auch Pickel, ey. Lieber nicht. Da lassen, Like da lassen, kommentieren, abonnieren, alles machen, wieder schauen und reingehauen. Alles machen, wieder schauen und reingehauen. Beste.